Blob, 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 Blob Guten Tag, mein Name ist Aki Wars Taken, weil Aki Taken Wars Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video mit mir und René Wir spielen wieder Yu-Gi-Oh Das ist ein falschen Charakter, okay, nee, das sieht aus wie ein behinderter Narbar, das passt schon so Wir haben hier das Duell der Meere heute Kurze Erklärung, wir haben auch ein Part bei René aufgenommen Wenn ich dran denke, ist er in einem Video beschreiben, verlinkt wie Renés Kanal Und sein Twitter Danke Auf jeden Fall, wir haben einen Randomizer gehabt, wo wir uns einen Typen und eine Stufe rausholen mussten und dazu ein Bossmonster bekamen Du kannst einfach anfangen, wir nebenbei fangen an zu spielen Und ich habe tatsächlich in meinem Part den Typen Fisch bekommen mit einem Bossmonster auf Stufe 9 Und er hat einen Aqua Typen bekommen mit einem Bossmonster auf Stufe 7 Ich bin deutsch mit mir, Junge, er redet kein Englisch, dunke Äh, das da, äh, dann nehme ich mit dem Poli Und, ja Auch du hast du Poli Ach echt, ich habe es beende mein Zug Ja, tatsache, ciao, viel Spaß Free Angriff Nein, aber warte, ich habe tatsächlich sogar man sowas angreifen kann So, was ist dein Plan Nee, gib mir eine Waffel Warum auch immer, du ich jetzt eine Waffel kriege Och nee, nee, warte Hat das nochmal gewesen? Ein Lege ein, offene, es ist ein Lila Ach, das war das, was 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 ist los, du scheiß, heil, du spielst hier gegen Narwal, was ist deine fucking Ich bin besoffener, lilaner, pinker, grauer Narwal Ja Warum Was, was bringt mich die Oh, geh weg Is it me you're looking for Ja, geh weg Boah, bist du abfuck Hey, die sind vom Typ Aqua, mecker nicht Ja, aber boah, bist du schlimm Boah, nee, fühle ich überhaupt nicht, da, fick dich Ja, ähm, da dieses Video jetzt schon seinen absoluten fucking Tiefpunkt, äh, erreicht hat, beschwöre ich jetzt, elementar hält absoluter Nullpunkt Ja, ähm, ich hab den halt auch gesehen und dachte mir, ne, den will ich nicht spielen Wieso hat der 3500 angeht, oh, die pusten den Big Brain, ja, äh, tschüss Boah Das ist übrigens nicht mein Bossmonster Oh, okay Es ist nicht Level 7, also was dachtest du Okay, ähm, ich mach mir jetzt Sorgen um mein Leben Junge Ich will immer noch keine Karte danken Doch Was konntest du nochmal machen? Gewinn Hä, warum spielen wir wieder ein Match? Ich dachte, ich spiele eine Runde Nö, 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 bei mir auch diesmal Okay Ich war gar ein bisschen lost Bist du auf den Geschmack gekommen Ich setze eine Karte Du bist schwul Haha, schwule Hai Und ich beende meins Danke Weißt du, was ich jetzt mache? Dein Scheißmonster zerstören Welches? Ja, welches, du hast nur ein offenes Haar für Ho Ja, er kriegt 500 mehr Angriff und du kriegst durchschlagen Kampfschaum Hau Haar Ja, ja Ach nee, Mann Das ist das wieder Sieht aus, als wäre ich fresher als du Das ist Ich habe so viele Wuchserpunts, dass ich damit einen Tränensee füllen könnte Es tut weh dir sozusagen manchmal Tja, wenn du gute Witze hören willst Hättest du lieber Hättest du Hättest du mich lieber auf den gefiltert-Modus stellen müssen Ey Mach jetzt Ja, da mache ich Da, jetzt habe ich einen Umi Das soll man nicht als Umi zählt Das ist jetzt dein Ernst? Mir reicht das endlich weg Kann die? Nicht ihr Na, dann weg damit Was kann die? Äh, ich meine nicht den MST, Alter Jeder weiß, dass MST kann Mystical Space Typhoon Ich möchte sterben Weil ich wieder nicht so komme Oh, was bist du? Weiß ich nicht Was ist das? Ja, die 500 tun mir jetzt auch nicht weh Ja, die tun mir wirklich weh Kriege ich die wieder? Hallo? Nein Die bleiben für die ganze Zeit weg Aber ich kriege wirklich so viel Das Wasser Monster auf dem Feld Außer ich selber 500 Reingriff Das ist not bad Wenn sich Monster 10, bitte Ich habe über 20 Ich habe, glaube ich, 20 oder mehr Monster drin Und ich habe bisher nichts gezogen Scheiße Mach jetzt Da Äh, den Typen da Weil ich habe Langeweile Oh, ich kriege die Angriff tatsächlich wieder Was, was, was? Ah, nee Nee, anscheinend nicht Achso, ich kriege die Angriff nicht wieder Ich kriege einen Boost, weil ich den Typen jetzt am Feld ab Ja, haha Aua Und direkt da angriff Ja, ich bin way too cool for you Ach, Mann Wenn ich auch Karten bekommen würde, wäre es ja auch mal Ja Oh, wow Stimmt, ich hatte eine 3 in Biologie Ich darf ich Geh zum Herb Vielleicht lebe ich für eine Runde noch Wenn ich was ziehe nicht, ich zeige keine Gnade, ich schwöre es dir Hallo Darf ich? Ich kriege, ich kriege Amnesie Warum Amnesie? Ich ziehe! Ha! Du musst eigentlich nur eine Sache tun, dann habe ich verloren Stark Heißt du so? Ja Ich glaube Hai! Okay, ich habe verloren Du hast das letzte Mal in deinem Leben Hai gesagt Wenn ich sage Ah! Ich rette mich doch noch Oh, was ein Anime Move Oh mein Gott Äh, ja, dann hat er das da Ah, was? Den wollte ich gar nicht opfern Nebe ich jetzt noch? Weiß ich nicht Doch, ja, aber Irgendwie hat das es Ah! Warte, kommt jetzt auf die Hand und aufs Feld Auf die Hand, fuck you Yeah, ich lebe noch Oh ja Wenn es immer noch besser hätte, dass du die 500 Anjo verloren Ja, verliere, habe ich ja verloren Aber den bin ich wiedergekommen Das lustige ist, wenn er das Feld verlässt, werden alle deine Monster geblastet Welche Monster? Ja, genau Fun Fact, ich habe meine Ich habe immer Was? Oh, wo? Ja, ähm Ja, das ist halt so Wieso? Boah, ich mache das einfach Warte mal Nein, jetzt nicht Die Wettung Ja, 200 Angriff mehr Habe ich gerade vor Ich weiß es selber nicht, wenn ich ehrlich bin Ich auch nicht Oh, mein Mathe war nicht richtig Okay, dann halt nicht Dann weg da mit allem Auch kein Mensch Start Du geh weg Jetzt geh die alle auch weg So Da so, ja Direkter Angriff mit dem hässlichen Schleim Ja, Gott, alter Nächste Runde Wir überspringen das einfach Warte, fängst du ab Nee, okay Was ist das alles? Was ist das in meiner Hand? Danke Das sieht schon mal ein wenig besser aus Ja, ich habe auch eine gute Hand Muss ich zugeben Also, bei mir sieht es nicht schlecht aus Nur kann ich wieder keine Mathematik Ich muss eigentlich nur eine Karte ziehen Und es beginnt wieder genauso wie vorhin Ich muss eine von fünf Karten ziehen Und da beginnt es genauso wie vorhin Nein, ich kann kratzen, was wieder Kratzen Ist das kein Monster? Hä? Kratz kurz Kratz Kratz Nein Oh mein Gott, nein Alter, das ist die ganze Scheiße Einfach Endphase So, ist weg 3, 3, 2 ist 6, ist 8 Fuck Äh, oh Draw your last pathetic card, Nawal Nein, immer noch nicht Draw your last pathetic card, Hi Ich möchte sterben Ähm Please insert family friendly news song Oder irgendwie so So, let's learn how to tie a news that's practical for every use Hä? Seeschlangenritter Ne, was lese ich hier vor? Atlantischer Angriffstrupp Wie habe ich denn gerade Seeschlangenritter rausgelesen? Diese 800 für ein offenes auf dem Feld Außer dieser Karte Oh, ist das nicht ein Empfänger? Ne, Stufe Jetzt aktiviere ich dieses Effekt Ach so Was hält Ne, ich dachte Jetzt habe ich was verwechselt Ich dachte, es wäre andersrum Hahaha Egal Ja, 2000 Die Fände sich trotzdem Not half bad 2001 Wer redet von deinem Monster? Ich verende mein Zug trotzdem, weil ich warte, denn Wenn man sich auch gut retten möchte Hahaha Ja Jetzt aber Oh, was, hä? Ah, was kann der? Nicht deine Karte Oh So Ich dachte, da steht nur einmal pro Duell Aber einmal pro Spielzug, hoffe ich Ja Nur einmal verwendet werden, solange diese Was ist das für ein Scheiß-Monster? Nur einmal, wenn es am Feld liegt Was soll das? Wer kommt auf sowas? Okay Next Okay Dankeschön Meine andere Karte ist vom TPS-Schlange Ich kann es quatzen Für dich Du liebst diesen metallisch reflektierten Schleim, ne? Ja Boah, ich schwöre, du schiebst den mal seine Keule rein So ein Nasial, in die Nase rein Weißt du was? Ich setze jetzt meine nervige Karte Und dann beende ich meinen Zug und drücke jetzt die ganze Zeit B Damit ich sie nicht noch ansehen muss Hahaha Gib den Cursor drauf Hä? Das bringt mir alles nix Ja, dann setze ich halt noch die Bauen die Mauern Trump Boah, ich muss Trump auf Twitter folgen Ich will gucken, was der für einen geistigen Dünnschiss postet Viel Echt? Folgst ihm? Nee, aber viel Hat irgendwas Neues getwittert? No man Nein man Boah, ist das denn? Ey, du hast ein 2000er Monster, greif doch an! Irgendwas, mach was! Ich hab nichts! Ich will kurz das nachgucken nochmal Äh, ja Ich würde ich keinen kotzen, ne? Hm Treffen wir das ganz recht da Ja, was ist jetzt Bam! Ja, Mann Mutter Grizzlybär Hm, lecker, lecker Wow Okay Äh, ich weiß nicht, ob du es mathematisch hinhaut, aber boom Haha Nicht witzig Oh Jetzt flippst du alle und beschwörst irgendeine Synchro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nö, kann ich nicht Wow Endphase Ich wechsle in die Verteidigungsposition und Endphase Was mache ich hier, erklärst du mir bitte? Verteidigungsposition auf deinem Empfängermonster und Endphase Das da Kannst du mich halt direkt angreifen, ne? Was ist alle auf einem Monster? Fuck! Egal Kann ich jetzt bitte? Dankeschön Wie hier die Karten Jetzt fängt es bei mir auch an, weißt du was? Not feeling it Hä, was ist dein Effekt? Nein, nicht neindrücken! Oh Haha, endlich Ich wollte einfach nur das Wow Nein, yay, tschüss Was hat sich jetzt da aktiviert? Weiß es nicht Hä? Hauptsache, ich hab die Scheiße weg Let's go Next Next Step ist Ja Die Karte hat so viel besser, weil sie sich nicht so abfuckt Ich Ähm Ja Mach ich Was hab ich jetzt eigentlich vor? Eine gute Frage Ey Aber ich bin dumm Ich bin die ganze Zeit dumm Egal Äh, oh Der ist nicht schlecht Äh Ich beschwöre Ich beschwöre den Typen hier Ich weiß nicht, was der kann, aber ich beschwöre ihn einfach Warte, hab ich ne Xyz in meinem Deck? Ich dachte gerade, ich weiß nicht, warum ich so Brain-Halfk bin Hallo Ähm, also Zack Bum-Bum-Bum Bada-Bum-Ping Das So wird die Karte stattdessen zerstört, ja wow Erlebt So So Hm Jetzt Luke Wart kurz Ja Drache Wir machen's so So Janas Zuschauer Willkommen zu Janas Braincells sind auf 2% seiner eigentlichen Leistungen Er hat nur 2, das heißt 2 dividiert durch 2 ist 1 Wir packen dich weg, wir packen dich weg Ja ich fack das Monster Ist das dein... ne Oder? Ne ist ein Drache, das kann... hä? Ich hab den einfach raufbesporen, weil ich kein Bock hatte auf den das... Hä? Ich wollte mein Feld leerer haben, das ist die einzige Beziehung... Ist der Sau scheiße! Wieso setzt du den nicht? Ich kann den... ja keine Ahnung Ja 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 Kann eh nicht mehr schlimmer werden, ganz ehrlich Also So bumm, den, den Ich flipp jetzt einfach alles auf Oh ne der wär dumm, aber der wär doch doch egal Ich mach's eins Warum? Weil du Lust bist? Ja, ich versteh mein Deck nicht Ich versteh meins sehr gut Wieso kann ich nichts beschwören? Nein Was macht der? Du weißt schon, wenn der zerstört wird... werden deine... Monster zerstört, ne? Und? Weil was? Ja dann Ja dann beschwör ich mal mein Bossmonster! Bossmonster für dieses Deck! Komm aufs Feld! Zu... Su... Sushi... Sushi Sushi... Sushi? Ja! Irgendwie läuft das bei mir nicht so gut Leviathan-Drache! Boah... Wie fühlt sich das an, von dem Drachen geschnackselt zu werden? Okay Nice Wie fühlt sich's an, von Sushi gekillt zu werden? Sui-Sushi Sui-Sushi Das ist doch dasselbe, oder? Hä? Fuck ich hab die... Ich dachte das geht doch bei verdeckten... Hä? Was? Wir beenden das Game so schnell wie möglich, okay? Jogi... Jogi was ist mit dir? Ey ich hab kein... Äh... Kann wir nochmal restarten die Aufnahme? Ich glaub das wird nicht... Nö! Nö! Ich will das so drin haben! Du hast komplett verloren! Dein Pech! Nein! Ich glaube ich hab mein Siegesfilm komplett verloren! Ähm... Sag einfach... Meine Folge war besser! Die soll bei mir gucken und fähre! Und ich so bumm... Ah... Zack... Tschüss! Hätte ich den ausrüsten? Keiner zurückklappt! LOS! LOS! Nein... Zum zweiten Mal hintereinander ist reich der Schatten, du kleine Homo! Was willst du tun, ha? Ich hab die letzten zwei Folgen gewonnen! Seto Kaiba! Du hast damals 1982... Meine... Du hast damals 1982 meine... Du hast damals 1982 meine... Meine Hentai-Sacken gestorben und dafür kommst du jetzt nicht reich der Schatten... Da will ich nicht, dass du was gesagt hast... Nein! Ja okay, das wird's equal, oder? Ja! Das Finale findet ihr in drei Jahren! Und das... Dann würde ich sagen... Ich plane jetzt einfach hier ein, wie Robin die ganze Zeit seine schönen Worte sagt, wie er schon in der TPA die ganze Zeit gesagt hat... Ihr müsst jetzt Video natürlich, kannst du bis zum Ende schauen wegen der Watchtime... Dann... Liken... Abonnieren... Glocke... Tivieren... Und dann nochmal auf alle schalten... Nicht personalisiert, weil dann seht ihr wirklich alle Videos... Das ist ziemlich wichtig, ihr wisst es... Ähm... Dann... Einen Kommentar schreiben... Ihr könnt auch mehrere Kommentare schreiben, das ist noch besser für den Algorithmus... Äh... Dann noch natürlich andere Videos von Janna... Schauen... Vielleicht... Kommt bald noch Breath of the Wild? Dann würde ich sagen... Wir sehen uns in... einem weiteren Video... Bis dann und äh... Abonniert René... Jaaa... Danke... Äh... Auch auf... Festoffice... Ach Gott... Ich hab dich lieb... Oh ich dich auch... Das ist doch super... Vorige... Ich hab dich lieb... Ok... So... So...